Weiter geht's mit der Aufnahme! Ging, 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 ging! Ehm, ehm! Bist du, gotta get ready! Aua! Aua! Nein! So eine Scheiße! Da kommt aber Scheiße! Was ist denn? Nein, nein! Tschüss, grünzeug! Schon eine Kombi wieder mal versucht! Voll auf die Onge von mir! Jetzt ist der Pöppel kaputt! Ich hab die Kraft der zwei Pümpel! Was? Ich hab die Kraft der zwei Pümpel! Nein! Schlecht bekommen hab ich denn! Schlecht bekommen! Oh, nein! Oh, oh, oh! Oh! Was? Nix! Nix! Ja Lex sich doch ey. Man lechst dich doch ey. Man lechst dich wie denkst... Ich bin nix... Ja 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 ja. Was? Was? Tja du warst hier als letztes dran. Ich glaub da war ich dran. Danach war nur noch der Gegner. Eins, 1 2 Ja, irgendwie so Göl Schlecht Aufsdachvermischl Ich bin voll zum Mexikaner-Verbot Ja Ihr mag scharf Ja, und jetzt links, rechts, oben, unten und drinnen so Nee, du, Alter, Sack, du Gönnt mir kein Tor Du bist abgedrängt worden Du hast doch schon ein Tor, Mensch Ja, doch, das ist natürlich nicht so Oh, dieser blöde Sack Ähm, Kenny in Formel 1 hast du nicht hochgeladen, oder? Wo du da mit dabei warst in Österreich Nee Ja, du darfst nicht zum Hochladen, nein Für eine Ausfall hätte ich schon gern gesehen Ja, ich hab mich nur 27 Mal im Kreis gedreht oder sowas und hab da Ich hab da ein Botter Also, das heißt, die Botter sind bei euch rausbecken können Eben, das wär schon spannend gewesen Haha, ihr ballert euch gegen sein Wie geht denn die da um? Sorry. Puh! Das gibt mal wieder nix oder was. Jaa Shmoo Aua! Asshole! Hübsche Spielchen. Oh, der Sack kommt da noch ran nochmal, ey. Jawoll. Wir sind unwürdig, unwürdige Kreaturen. Bäm. Und Bad Bäm wiederhalsen. Nein, du Sack. Hier, Jake, schön. Ja. Ja. Oh. Schade. Oh. Ah. Oh. Oster Uschi schön. Das ist Candy-Sessel übrigens. Ja. Du musst das ja wissen. Oh. 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 Töber. BAM! Ach! Oops! Es ist ein Kartett, Rani! Jokermühle Das ist ja so lustig, als ich wieder so umgefallen ist gerade Nein! Die Ratte! Die Ratte! Ja! Das war noch mal wichtig! Ja, er ist da! Juhu! Ein knappes Game! Nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, ey! Meine einer! Was? Nicht mit Ruhm bekleckert? Wie war's? 130 Punkte oder der ist noch mit Ruhm bekleckert? Das war einfach nur Scheiße! Hä? 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 Es ist in einem Hintergrund, ne? Na, Oschi? Wenn Kenny jetzt so wie ich den Lautsprecher benutzen würde und dafür wirklich einen... Ken? Das war nicht bei mir! Ja, ja! Dacht Jokermühle auch nicht? Wird sie dann wohl aber gewesen sein! Hahaha! Dann soviel zur Hintergrund... Hintergrundunterdrückung Was hast du gesagt? Ach Scheiße! Scheiße! Dann kann sich ja in dem Scheißland ja nichts ändern! Ja! Wie steht sie beim Fußballspiel? Äh... Freiburg für 2-0! Nein! Läuft! Ich kenne ja, hast du DTF gesehen? Nein! Okay! War gut! Lustig! Wir haben es gemeinsam gesehen und die Kommentatoren verarscht! Das war ganz witzig! Und jetzt war es auch nicht. Wo ist es? Was? Ja... Wo ist es noch? Ja... Was ist es so? Alles was? Ich bin nemmmal! Schuss! Den ich komisch! Ja, ich konnte schon mal! Schuss! Bääm! Jägell! Ich kann da nicht mehr sehen! Oh man, ich weiß nicht! Ich muss danach mal die Einzelspieler aussetzen. Komm mal wieder! Dann kannst du immer mal was essen. Ja, was essen ist ne gute Idee, das muss ich auch. Da Walvo er eh alleine hinkriegt, wie er merkt, braucht er uns gar nicht. Das klappt schon. Ne, ne, ne Walvo, du spielst weiter. Einer muss weiter spielen. Hier, Vorlage! Ja, hier. Okay! Schön weit! Gesundheit! Wie du hast weiß, dass du ihn verpasst! Oh, guter Gott! Ja, echt! Guter Gott! Wie kannst du nur beiß, dass du ihn verpasst? Hüße, falls er was guckt! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Was für ein Pressfick! Pressficken! Pressficken! Pressen! Was, das wär für den Sadomaso Schuppen hier eigentlich, ne? Wee! Und das war die Rache! Rache ist Blutwurst! Mach keine Blutwurst! Ich auch nicht! Und Blutwurst! Boah, in der Luft hab ich den zerstört! Woh! Nein! Wir werden doch am besten Kreis verlieren! Nein! Oh, Mann! Ist doch zum Kotz! Das mach ich denn hier! Eigentum! Wie? Wie? Ich kann einfach nicht mehr fliegen! Ich kann nix mehr! Nix! So ne Scheiße! Aua! Wie braucht es mich eigentlich draushauen? Aua! Da geht ihm mal ganz kurz der Kackstück! Nein! Nein! Boah! He! He! Du rührst Zugrück der Joker! Boah! Endlich ist der Armein zugegangen! Da hat Blutufi scharf gegessen! He! He! Na! Boah! Was ein Ding! Das läuft! Bam! He! 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 Jetzt hab ich ihn nicht... Boah! Vorlage mal kommen müssen! Und da muss... Fick! Wir können ja fliegen! Wir sind ja nicht da! Also... No вот... No... No... No 3... No... 3... denn es gibt mir wieder nichts oder was willst du mich verarschen du musst auch mal mal steht so ein blöder Hund im Gegenteil ja 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 Ei oi oi, ei oi 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 Wenn er noch Folgentitel machen will, wär das ein Folgentitel Ich glaub, er legt's gar nicht mehr hoch da hier gewinnen Wartelady nicht hoch Sind wir?! Mittlerweile müsste es nämlich auch besser gehen Mittlerweile müsste es nämlich echt besser gehen Okay, letzte Ruhung. Ich versuch's am Clan zum Eibling-Tor. Da kommt ein Löcher mit zum Einhauern. Einbogenpümpel. Schiff. Hei, hoch, hei! Hei! Schmecken! Bah! Und chick? Ich muss noch was dagegen. Vielen Dank.